Das erste Mal LKW gefahren ist einfach cool, richtig geil. Dank, Dank, Dank. Unser Michi, der Hanna, der auf dem Flyer überall war, der freit sich natürlich wahrscheinlich schon alle Autos mitzufahren. Also in Gmündisch einfach was geboten hat. Gut hinterm Lenkrad. Ich bin halt jetzt aufgeregt, ob alles gut läuft. Ich bin zuerst mal im Auto, am Lenkrad bin ich zuerst mal. Gut, das ist gut. Ciao. Ciao. Gib Gas. Aha. Ja. Mit der Niki? Hast du da keine Angst? Ich bin ganz begeistert. Ich fahre jetzt natürlich gleich weiter, weil es macht einfach nur Spaß. Die strahlen alle, die hupen, die lachen, die steigen aus, die haben Freude. Das ist mit Worten eigentlich nicht zu beschreiben. Das war's. Ich bin ganz begeistert. Das war's. Das war's. Das war's.